ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen zu diesem tollen random Fick das ist nicht mal das NES random race das ist der NES random Fick NES random Fack oder wie auch immer so wollen wir neu auswählen der letzte paar war ja nicht so grandios 51 warum bekomme ich solche glatten zahlen eigentlich 51 die over megaman overlords 3 die mensage geht das ist das ist noch in Ordnung normal mode gut dann habe ich die kürze jetzt mal auf dem boli habe ich doch schon normal mode gezockt vor ewigkeiten gehen wollen wir mal starten Osoma Simons und Finals ich meine es am Hack so query man das ist quasi die erste veröffentlichung von overload hier auf dem Kanal irgendwas was mit overload zu tun hat das ist nicht die das war nicht mega man du kannst springen auch ist das dein fucking ernst hier nicht kaputt machen noch mal abwarten nicht reinfallen das leben nehmen nehmt ihr das leben habe ich auch zuletzt vor dreiviertel jahr oder so gezockt so ja stimmt das ist ja mega manchen pack okay dass wir mal so stehen es gibt es doch nicht das ist sogar eine relativ relativ guter zog hier und ich war kacke so gut das ist hier mal ich mein leben hat manchmal versuche es lohnt sich noch ich habe so viel mit mega manchen zu tun so viel wollte ich eigentlich nichts im es wenn du bist wissen jawohl es hat geklappt einfach im richtigen moment die arschtaste drücken was du bist mir keine hilfe oder doch okay braver külter ich lass dich lass dich als erstes einschläfer wenn ich die weltherrschaft habe nein 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 die stachel sind doch wir lassen das umbringen stimmt er kann ja auch sein es gibt es doch nicht und ich möchte original modus zocken kann sein dass der erste erde wird erst nächstes er kommen vermutlich alter der trifft mich immer okay ich habe immer ein bisschen sorge dass ich da trotzdem reinfalle und nicht wieder tot klitschen hier aber aber man der trifft dich alter durch schlampe ich wollte den trick hier machen alter springen sind zumindest etwas besser als im im boi teil hey meine güte ich schaffe es nicht einmal zum mit win point weil ich einfach so inkon inkonzentriert und konzentriert bin diese arsch kacki da unten trifft mich auch immer möchte damit ich möchte gewinnen also nicht im doch im race möchte ich am liebsten gewinnen aber das sieht kacke aus zudem ich habe ich bin auch so glückspilz was es anbelangt im negativen sinne bin glückspilz für meine gegner arschloch mega mein arschloch auch leute ist der behindert mega mein dummer hurensohn da hast es mal auch ist das ein wixer nein alter ok das hat mal funktioniert jetzt kamen gleich die schatzmänner da rein ok ist das eine arschkacke eine arschkacke das ist eine arschkacke ach du kacke wie war das nochmal ach 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 nicht bloß dich treffen lassen von denen ich kann da sonst durchglitschen ach 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 nein es hat nicht funktioniert ach 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 gor ach ach okay bin fast da bisschen irritierend hier auto ferkel ok man kann hier tatsächlich durch auch nennen von ds hatte ich die scheiße das hier irgendwie so eine unsichtbare fand war dass das war was schlurfen endlich mal wieder gutes spiel von der liste stimmte ich kann aufladen das habe ich ganz vergessen ich werde sterben ich kann das ach jetzt blick ich im hintergrund sehe ich es das ist seltsam ich kann damit nicht klar mach dich alle leute ich werde doch packen möchte ich doch mal die stage machen auch habe ich keinen bock jetzt möchte mich mehrmals der mit der pimmelschotter leute ich werde doch hässlich erholen kobold ich werde doch hässlich erholen kobold ich werde gleich irre erst mal verfehlen mir toll hätte ich so ein lack wie er denn der tennis zum beispiel nicht passiert mann ich spring rein ich verfehle ich will ganz ruhig bleiben dass wir noch mehr zeit vergeuden hier ich bin gerade stinkig alles geht oh ja guck mal ich habe mich extra der schießt aus dem rücken aus der megaman aus dem anus nee kotzt es mich an hier ich habe gegen ihn nicht im erz salon so eine schande ich kriege sämtliche spiele die ich nicht drauf habe die spiele die ich einigermaßen kann sind kack challenges teils gewesen auch fick dich doch es ist hässlich megaman spieler mit so trete ich nicht in die falsche richtung der hat mich verarscht jetzt kommt der trottel auch noch von links ich habe einigermaßen gute chancen doch nach einer halben stunde irgendwann mal durch zu kommen nicht zu spät dass sie sich hier fallen geil tolle wurst hier es kotzt mich schon wieder an hier ja geh weg ey du furzte du lustig ey boah alter fick dich megaman entwickler oh mann was ist das für eine scheiße echt ganz ehrlich fickt alle megaman und spielentwickler und alles fickt die ganze welt zusammen verwandeln verwandeln die ganze erde in dritte weltländer da was ist das für eine scheiße manchmal hier manchmal sehr oft oh ja fickt dich schatz man fickt dich einfach ich kotze im strahl ja toll schießt man den arsch was ist das für eine kacke ich flipp aus weil ich es eigentlich kann könnten können müsste ja du oh meine güte musste töten scheiß game scheiß weg scheiß weiß ich sehe ich dich ein meine güte ich finde die flasche gerade dann die band schmettern meine güte hier vergiss es mal mich zu treffen oh ist das herrlich mann besiegt den hässlichen trottel ich sehe es gar nicht ein dass ich jetzt schon 20 minuten fast wieder drin habe alter du sack die ecksprünge hier alter kannst du dringlich auch bloß so halb auf heiße diese fliecher nerven mich mega wenn inklusive habt ihr gesehen wo da jetzt plötzlich in welcher richtung stand keiner gibt mir ein leben ok ach come on ist das dein scheiß ernst ganz ehrlich mein leben das ich gerade verloren habe oder auch nicht ich sehe es gar nicht mehr ein irgendwas noch abzuliefern ich krieg doch sowieso nur scheiße hier und wenn zwar gute kacke ist ein gutes game dann fickt es mich alter ey alter meine güte ich raste dir aus gleich ich schaffe es gar nicht mehr zum boss alter was kann ich überhaupt keine game gameskills mehr die wurden mitgenommen von der scheiß ente hier warum wenn du noch einmal die falsche richtung schießen flippig aus meine güte trifft halt alter vielleicht ist es auch schon zu spät halb vier ja es ist zu spät ich war total klar wenn ich zurzeit bin ich sowieso nicht so ein bestform es ist heiß ich bin müde dauer kaputt also bestform bin ich nicht wenn ich jetzt doch aber dadurch klitsche wie euch fiechern wenn ich doch einmal dadurch klitsche hat es gehört heute hitler adolf alt alter ja ja es ist ein scheiß ich zerschlag gleich bei pc hier ich zerschlag gleich die ganze welt meine güte was ist das hier für eine scheiße fick dich schatz mann alter jetzt hier mit null leben pack ich es insel durch oder werde ich doch gefögelt jetzt komm her hitler so du hässlicher meine güte was will ich jetzt damit hier die treffe ich auch nicht also mit der leiste kann ich vergessen töte mich ich könnte irgendwas umbringt gerade ganz ehrlich das spiel was ich drauf habe fickt mich jetzt auch in den scheiß arsch ein wenn du noch einmal auf stage select gehst beende ich dieses space und kack auf meinen schreis schreibt tisch drauf oh ne witz alter was ist das hier für die hitler scheiße boah göppels wäre stolz auf euch himmler und wie sie alle nicht hießen schrittler himmler fixer keine ahnung warum ist das eigentlich hier so scheiße was habe ich eigentlich gedrückt damit das hier so kacke ist das ist die speed taste meine güte sieht alles scheiße aus was will ich mit dem ich rast gleich echte aus alter kaum nehmen wir das fenster so alter fikt diesen dill fikt in es topia fikt wasch fikt alle analplugs aus japan trifft den sack hier ich erlebe es nicht wie viel scheiße passiert und jetzt passiert die scheiße schon bei sachen muss eigentlich nicht passieren sollte dürfte oder könne es ist genauso als würde den mathematikern ein klein einmal einmal ein paar rechenfehler rein machen oh meine güte wie lange ist das noch auf boden da ja tolle hitbox toll könnte die ganze welt gerade zusammen scheißen oh ja fikt dich du hässlicher meine güte ich habe schon sehen kommen alter wenn ich jetzt hier noch zwölf tausend mal durchfalle also die ficher scheiße ja komm nein alter wir sind gesundheit ja alter ich hast ja aus endlich mal ein bisschen chancen hier meine güte unnötig bis zum allerletzte aktuell die flüge ich bin der 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 das bei einer nummer wo ich nicht so eine scheiße erwartet habe legt man sich am meisten auf es ist herrlich wunderbar besorgt mir meine güte ich möchte nicht noch ein fail haben das wird das vierte spiel reicht schon meine dreierquote das ist auch kein spiel dessen heck alter ja aber nicht mich muss es treffen ich bin so unkonzentriert alter meine güte hauptsache es kostet zeit leute also ich schlag gleich alles hier zusammen muss irgendwas gleich kaputt machen ich mache heute abend ich mache heute nacht noch was kaputt entweder es ist dieser hässliche bodenkobald oder irgendwas anderes er spricht drüber endlich nach 30 minuten da geht das dieses spiel so scheiße zu mir geworden ist jetzt kann ich nichts mehr erhoffen die leichteste challenge kann mich ficken ich bin der letzte im race vermutlich danke megaman danke japan danke spielentwickler capcom von tennis der finder von tennis will ich buddeln aus und lasse von frankin renaut so was in den arsch ficken bis die hüftknochen auch durch sind sind sie eigentlich schon aber dass davon nichts mehr übrig ist nur noch ein feines weißes maliges pulver von den taktels entwicklern ja auch haut da rein da kommt ihr zum letzten beschissenen kack und hier kommt ihr zum nächsten beschissenen kack ich bin dann raus heute nacht